Aktuell werden viele Kollektivverträge verhandelt. Das tun die Gewerkschaften, aber nicht nur im Herbst, sondern sie verhandeln das ganze Jahr über Kollektivverträge. Ein Kollektivvertrag regelt die Arbeitsbedingungen zwischen dir und deinem Arbeitgeber für eine bestimmte Branche. Zum Beispiel für die Metallindustrie oder den Handel. In einem Kollektivvertrag geht es darum, wie viel du mindestens verdienen musst, dass du Urlaubs- und Weihnachtsgeld bekommst und wie es mit deiner Arbeitszeit aussieht. Oft wird dabei von kollektivvertraglichem Lohn oder Gehalt bzw. von Istlöhnen und Gehältern gesprochen. Aber was ist genau der Unterschied? In einem Kollektivvertrag sind die Mindestlöhne und Gehälter festgelegt. Wenn der vereinbarte Lohn bzw. das vereinbarte Gehalt höher ist, als der Kollektivvertrag es vorschreibt, dann spricht man von Istlohn oder Istgehalt. Du bekommst damit mehr als das Mindeste, das nennt man Überzahlung. Ziel der Gewerkschaften ist, dass alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mehr Geld bekommen, egal ob sie den kollektivvertraglichen Mindestlohn bzw. Gehalt bekommen oder darüber hinaus bezahlt werden.